. Hast du Hunger? Hygiene wird bei mir klein geschrieben. Je drackiger die Toilette, desto besser. Da ich mich innerlich sehr gegen das Rasieren lehre, mache ich das immer zu schnell und zu doll. . Professor Doktor Nox ist mein Name. Stellen Sie sich immer so vor? Ich bin Robin, Pfleger. So, kann ich noch irgendjemanden berufen? Ihre Eltern? Nein. Ich habe hier noch eine Beruhigungstoilette für Sie. Hat deine Freundin auch so Wirkreisprobleme? Die macht sich nicht so viel aus Orasex. Ich oft Realität, Lüge und Traum durcheinander werfe. Oh ... Oh ... Oh ... Komm mal leer, mach die Augen zu. Ich erzähl dir eine Geschichte.